Ey Freunde was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute ist es soweit. Die neue Season in Fortnite hat begonnen Leute. Und wir werden heute den kompletten Battle Pass komplett kaufen und durchjammen. Und wir sind jetzt übrigens gerade am Streamen dabei Leute. Schreibt mir gerne dabei, ob ihr im Streamen dabei seid, ja oder nein oder wann ihr das Video seht. Let's go und hier sind wir auf dem Spiel Leute. Und ihr seht, die neue Season hat begonnen. Wir haben 14.200 Vivacs am Start Leute. Und den kaufen wir jetzt komplett durch. Ich würde sagen, wir holen alle Stufen. Machen wir ganz kurz gucken, wie das jetzt funktioniert. So, Battle Pass kaufen. Let's go. Machen wir hier. Okay. So. Let's go Leute. Wie gesagt, lasst gerne den Fett noch oben da. Kostenlos Abo. Okay. Sehr nice. So, Stufe 26 erreicht. Einfordern. Wir fordern erstmal hier alles ein. Let's go. Und dann tun wir gleich, wie gesagt, wir kaufen komplett durch. Korre Stufen. Okay, wir holen alle Stufen jetzt Leute. Noch zwei. Oh mein Gott. Wie gesagt, lasst jetzt gerne den fetten Daumen nach oben da. Kostenlos Abo Leute. Und auch ihr im Chat, ne. Wie gesagt, und euch werde ich auch Vivacs verlosen. Ich würde sagen, Leute, seid ihr bereit. Kaufen. Gedrückt halten. Abfahrt. Oh mein Gott. Digga. Wir haben gerade über 80 Euro ausgeben. Und ich glaube, ich habe mein Creator Code vergessen. Ich hoffe nicht. Wenn Creator Code nicht drin war, dann ganz lost, Leute. Ich gucke mal ganz kurz. Habe ich ihn eingegeben? Ja, sehr wichtig, Leute. Dann gebt meinen Creator Code gerne ein. Ja, das müsst ihr auf jeden Fall tun. Ne? Creator Code Marvin, bevor ihr irgendwas kauft. Also, wenn ihr mich supporten wollt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Creator Code raushaut, ja. Ich zeige euch nochmal, hier ist nochmal eingeladen, Leute. Creator Code Marvin Vlog. Also, immer eingeben, Leute. Und abonniert gerne diesen Kanal, falls ihr euch getan habt. Abfahrt, Leute. Let's go. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt einfach mal alles genau an hier. Oh mein Gott. Wie kann ich das jetzt alles abholen? Wir haben jetzt alles gekauft, ne? Aber kann ich das jetzt schon abholen oder brauche ich dafür die Seiten? Ach, ich glaube, es geht trotzdem, ne? Ah, hier ist die ganze Belohnung. Lol, Digga. Crazy. Wie gesagt, schreibt es gerne rein. Und, ja, ich bin gespannt. Es sieht schon echt fett aus, was wir alles da haben, heute. Alle Belohnung einfordern. Let's go, Digga. Jetzt haben wir sie alle. Wir schauen uns erstmal alles gemeinsam an. Ihr könnt mir auch gerne mal reinschreiben, Leute. Schreibt mir jetzt auch gerne rein, was ihr am besten findet, ja? Spray, okay. Junge, ich kann das immer nicht glauben, dass ich gerade 80 Euro ausgegeben habe. Boah, es sieht schon fett aus, muss ich sagen. Rivax. Ja. Guck, jetzt erstmal... Eigentlich können wir auch alles gleich ausrüsten. Vielleicht fangen wir mal vorne an und rüsten wir mal ganz schnell alles aus. Egal, ich bin vielleicht so gehypt auf die erste Runde. Wir machen das nochmal ganz schnell. Alles einfordern hier. So, zack. Bivax, kann man immer gebrauchen. Oh, geht. Bruder, das sieht ja fett aus. Äh, ich bin so ultra gehypt, ne? Wie gesagt, könnt ihr jetzt auch mal gerne alle reinschreiben, was ihr so am besten findet. Lol, die sehen ja auch geisteskrank aus. Also man muss Epic Games echt sagen, ja, das ist der erste, den wir haben hier. Ja, sieht auch nice aus. Gefällt mir. Man muss echt sagen, geisteskrank, was die immer so auf die Beine stellen. Also, auch jeden Tag noch einen Shop, die ganzen Turniere und so, ist echt unfassbar krass. Also ich muss sagen, ich bin echt ultra gehypt. Okay, kann man immer gebrauchen. Bivax, sehr wichtig, ne? Sieht schön krass aus. Ja, ich muss sagen. Welcher gefällt euch am besten? Also aus dem Battle Pass. Und auf die Panzer bin ich natürlich echt ultra gehypt. So, vielleicht die erste Runde zu spielen. Kannst kaum erwarten. Kettensäge. Lol, jetzt nochmal ein Weiß. Auch fresh aus. Ja? Lol, die ist ja ultra auffällig. Gefällt mir. Schreibt mir gerne rein, wie findet ihr die? Oh, Leute, wie gesagt, wenn ihr mich supporten wollt, gebt meinen Creator Code ein. Creator Code mavenvlog. Ganz wichtig, Leute, der geht jetzt wieder, ja? Ich würde mich freuen, wenn ihr mich supportet. Das ist schon krass hier. Der hat einfach alles gekauft, ey. Oh mein Gott, Leute, ey. Lol, der sieht ja richtig nice aus. Bruder, der gefällt mir besonders gut. Boah, krass, ey. Junge. Alter, ne? Digga. Ja, auch nice. Wie findet ihr den Hängegleiter? Sagen, der ist schon entspannt. Ich bin mal gespannt, was die Leute sagen, wenn ich damit so in der ersten Runde drin bin. Und die einfach sehen, dass ich komplett max bin. Vivax, wichtig und richtig. Ich kann nicht mal gucken, ob ich genug Vivax habe. Kann ich eigentlich, wenn ich Leute habe, kann ich nicht an euch verlosen? Ja, gefällt mir jetzt nicht ganz so, aber ist auch cool. Lol. Bruder. Ha! Wie geil ist das denn? Ja, das Skin ist auch nice. Skin sage ich. Das Outfit fitted, würde ich mal sagen. Banner, auch gut. Vivax, wichtig. Also, ich lege gar nicht zu viel Wert auf Waffen, quasi, wenn die so ein anderes Design haben. Das sieht auch cool aus. Ja, dankeschön, Vivax. Was haben wir hier für einen Tanz? Lol. Das ist auch geil. Das gefällt mir. Oh mein Gott. Die sieht ja krass aus. Geisteskrank. Digga. Bruder. Leute, wie findet ihr die? Schreibt gerne rein. Junge. Und, ey, Alter. Das Next Level. Wie geil einfach. Das auch. Ich muss sagen, es haut mich echt um hier. Ja, nice. Vivax können wir gebrauchen. Haben wir noch nicht genug. Oh, geht. Was haben wir? Das ist schon geil. Lol. ETF, wie krass. Ja, nice. Oh mein Gott. Die werden immer krasser. Also, so weiter wir nach rechts gehen, umso krasser werden die. Hängegleiter. Ja, Hängegleiter. Auch gut. Oh mein Gott. Der brennt ja komplett. Das sieht ja geisteskrass aus. Und ich bin gleich so gespannt, wie die letzten aussehen. Also, letzte Stufe. Junge. Richtig nice. Alter, ich bin echt so gehypt. Wie gesagt, schreibt mir gerne unten in den Kommentaren. Und auch an die Leute, die jetzt gerade im Chat dabei sind. Ihr müsst auch unbedingt unten in die Kommentare schreiben, dass ihr aus dem Stream kommt, ja. Wie gesagt. Es ist... Alter, das sieht auch, Junge. Richtig sick. Richtig sick. Haben wir hier. Oh mein Gott, Digga. Alter. Digga, richtig nice. Unfassbar gut gefällt mir der. Ey, chat, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo, wenn ihr euch nicht getan habt. Ja. Ey, ich bin so gehypt. Vor allem, das ist auch nice. Ich sage euch ehrlich, jetzt, was man am Anfang nicht so bauen kann, finde ich gar nicht so schön, weil ich kann eh nicht bauen. Das heißt, an die Post ist natürlich ein bisschen blöd, aber für mich ist das gar nicht so schlecht. Sag mal, Junge, das schwert. Bruder. Digga, wir haben einfach alles durchgekauft. Was haben wir hier? Oh mein Gott, sieht das krank aus. Emoji. Ja, ist auch nice. So, Leute, hier ist der letzte, glaube ich. Ist das jetzt die erste Stufe oder ist das schon der letzte? Ich muss sagen, hier sieht richtig krank aus. Okay, das war's. Geist krank. Wir haben alles durchgekauft. Jede Stufe. Schreibt mir jetzt alle unten in die Kommentare oder auch hier in den Chat, welche findet ihr am besten. Hey, Geist ist krank. Sag, wir wählen ja auch mal gleich einen Splint aus. Haben wir direkt schon. Junge, das ist so krass. Einfach komplett durchgekauft, Leute. Deswegen, Leute, lasst jetzt alle mal einen fetten Daumen nach oben da. Kostenloses Abo und vergesst auch nicht, wenn ihr mich supporten wollt, Leute. Gebt auf jeden Fall meinen Crater-Code an. Crater-Code Marven-Blog, wenn ich was kommt, wird mich freuen. Und ja, damit würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Wird euch gefallen, lasst gerne einen fetten Daumen nach oben da. Kostenloses Abo. Und ja, ich würde sagen, danke schön, Leute. Tschau, Kakaus und tschö, bis denn, Antenne.